Hallo Leute, das ist das erste Türchen, und zwar Discovox. Wir starten in einer Doppelhandhaltung. Linker Hand geht hoch, rechter Hand geht runter, sie tanzt in eine Brezel hinein. So, hier, Erdhans unten drunter durch, linke Hand, einen Handwechsel an ihre linke, ich ziehe sie in eine Drehung rein, ein Rasenmäher, diesmal mit der anderen Hand, und ranziehen, das war's schon, jetzt zeige ich es noch einmal, im Fluss, linker Hand hoch, Brezel, Tipp, Durchkommen, Handwechsel, Drehung von der Dame, sie kommt dran, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.